Lukas fragt Pete Smeet. Schon einmal einen dummen Anmachspruch bei einer Frau gebracht? Ich bin jetzt gar nicht für ein Freispräch. Ich habe bestimmt schon mal einen dummen Spruch gebracht. Mehr als einmal. Ich mache öfter dumme Sprüche. Aber trotzdem nicht als so, jo, hier ist die Catchphrase, mit der sorge ich dafür, dass du mit nach Hause kommst. Sondern irgendwann zwischendurch habe ich bestimmt was dummes gesagt. Wie in den Videos auch so, weißt du? Nee, noch nie. Auf keinen Fall. Viel zu viel. Da das bei mir schon Ewigkeiten weg ist, her ist, wann ich das letzte Mal einen Anmachspruch gemacht habe, gebracht habe, Ich glaube, so einer war ich nie. Also wirklich nicht. Nee. Also ich werde halt ganz normal mit den Leuten geredet haben. Also wirklich. Und ich so, keine Ahnung. Ich kenne die nicht mal. Was weiß ich? Ich hätte gerne eine bessere Geschichte, aber nein, habe ich nicht. How I Met Your Mother hat zwar sehr viele gute Vorlagen gegeben, aber ich habe keine davon in der Realität umgesetzt. Gute Frage. Also, ich glaube nicht. Höchstens vielleicht mal so was wie, oh, kennen wir nicht uns irgendwo her? Oder so. Aber ich glaube, das war dann auch aus mehr oder weniger Überzeugung. Aber nee, sonst, nee, da bin ich nicht gut drin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.